Servus Leute, willkommen zu Dino Blade Chronicles 3, mir geht es euch gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, wir haben mit richtig genannt nur noch 9 bis zu 100, das schaffen wir doch noch, oder? Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge, Folge 97, das müssen wir euch mal reinziehen. Damit ist Dino Blade Chronicles 3, glaube ich, schon offiziell das längste Display, das ich je gemacht habe. Wenn man bei 2 bedenkt, dass ich ja Torna als eigene Playlist gemacht habe. Ansonsten zusammengenommen dürfte der New Game Plus Story Run und Torna noch länger sein, das dürfte knapp über die 100 Folgen dann haben. Ach du Scheiße, okay, neue Quests hier drüben. Emma möchte es gerne sehr, mochte es gerne sehr sauber und ordentlich. Wir haben uns immer ausgeschimpft, wenn wir benutztes Werkzeug haben rumliegen lassen oder so. Als ich gesehen habe, wie ordentlich ihr versteckt war, hat mich das wieder total daran erinnert, wie sie war, Schluchz. Ich gehe gleich zum Igi, ich will nur die erstmal anquatschen. Gut gemacht, allesamt. Hä, gibt es ein Problem? Oh, Entschuldigung, wir hatten uns nur Sorgen nicht gemacht, aber es geht ihr ja offenbar ganz gut. Ja, kein Problem, ihr sollt euch eher um Nico Sorgen machen. Ich habe sie vorhin erwischt, wie sie sehr geweint hat. Alle sind in einer Art Schockzustand. Ich will für sie da sein und sie wissen lassen, dass sie unterstütze. Ich möchte alle spüren lassen, wie dankbar ich dafür bin, dass sie hier sind. Wir müssen doch neben Quest Tayon machen, ne? Hey, wen findest du niedlicher? Langland oder Gugu? Langland hat einen süßeren Spitznamen, obwohl das einsig niedlicher an ihm ist. Infoerhalten, Spitznamen. Okay, keine Quest, glaube ich. Ja, wenn es hier neue Sachen gibt, dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun in Kolonie Mew, ne? Ich wollte eigentlich heute eine Story neben Story Tayon machen. Aber das scheint sich ja jetzt ein bisschen zerschlagen zu haben. Dann warten wir es mal ab. Gehen wir erstmal nach links eigentlich. Gehen wir erstmal nach rechts. Hallo, Lotus. Hier in der Kolonie versuchen wir immer ehrlich sein zu sein und nicht in deinem Berg zu halten. Aber Irma, sie hat ständig das Thema gewechselt und uns nie gesagt, was sie wirklich denkt. Sie schien manchmal tiefgründige Gespräche mit Gugu zu führen, vielleicht weil Gugu so vergesslich ist. Womöglich hätte alles verändert werden können, wenn wir nur mehr mit ihr geredet hätten. Dann wiederum, vielleicht nicht. Ach, jetzt habe ich Lust bekommen, Gugu zu knuddeln. Wird mich so viel besser fühlen, wenn ich sie jetzt drücken könnte. Oh, also das ist, wie sie es machen. Nopon zu Kuscheltier degradiert. Hey, Gugu. Gesichter von Menschen sehen für Gugu alle gleich aus. Also benutzt Gugu Geruch, um Unterschied zu erschnuppern. War nur sehr sondertümlich, dass Geruch von Irma so oft nach nichts gerochen hat. Haben Freunde nicht bemerkt? Leute, am Geruch zu unterscheiden ist jetzt nicht gerade unsere Spezialität. Wäre ganz praktisch gewesen, wenn uns das mal etwas früher gesagt hättest. Und du, Irma in letzter Zeit doch Geruch gehabt. Roch nach Einsamkeit. Darüber hat Gugu ganz vergessen. Tut mega leid. Kein Problem, Gugu. Wo ist eigentlich dein Geschwister von Gaga? Ehrlich, ich finde den Namen so lustig. Irma, warum hast du so etwas getan? Das würde ich auch gerne wissen. Darum habe ich mich unseren neuen Uroborus-Freunden angeschlossen. Irma hat es nie genossen, andere Leiden zu sehen. Ich bin sicher, die Mobius haben Antworten für uns. Kanata hat dasselbe gesagt, aber ich glaube, ich habe meine Gefühle zu nur nicht verarbeitet. Ich werde ihr Versteck noch etwas durchstöbern. Ich kann nicht einfach weitermachen, als wäre das alles nicht geschehen. Oh, so das ist, wie sie es tun. Ey, Nico. Diese gemeine Irma, wie konnte sie nur... Und das... Und dann hinterlässt sie extra den Schlüssel für ihr Versteck, als wollte sie, dass wir ihn finden. Fast, als wollte sie dadurch verstehen oder ihr... Oder... Sollten wir sie dadurch verstehen und ihr sogar verzeihen. Ich weiß nicht, das liegt mir alles schwer im Magen. Schon möglich, dass sie versucht hat, ihre Taten wieder gut zu machen, indem sie euch ihre Mobius-Unterlagen hinterlassen hat. Du bist eine gute Seele, Tayon. Es tut mir leid, aber so kann ich es nicht sehen. Boah, dann halt nicht, ne? Ist ja dein Problem. Okay, dann, äh... Da ist ein I. Nico und die anderen scheinen letzter Zeit ja schwer beschäftigt zu sein. Da herrscht gerade wichtiger Tatendrang in der Instandsetzungseinheit. Die wollen sich wohl auch irgendwie nützlich machen. Na, wenn das so ist, sollten wir ihnen auch zur Hand geben. Willst du nicht? Kolonie Mew verändert sich. Eins von zwei. Super. Äh, ja, wie ihr übrigens seht, ich nehme heute mit Tageslicht auf und nicht mit meiner großen Funsel. Ähm. Weil es hell genug ist. Ich brauchte jetzt die große Funsel nicht. Außerdem möchte ich mir so ein Ringlicht kaufen demnächst. Und ein Greenscreen. Damit ist alles ein bisschen anders mit. Fiona will also genau, äh, will so ganz neu anfangen. Sie ist so stark. Ist mit dir alles in Ordnung? Du hast dich so um sie gekümmert. Das ist dir ja auch nicht immer leicht. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Du hast darüber nachzudenken, was alles würde besser laufen können. Und ich glaube, ich habe oft die Schuld bei anderen gesucht. Wenn etwas nicht so lief, wie es wollte. Ich sollte. Aber ich habe schließlich auch einen Teil der Verantwortung. Also gebe ich mein Bestes, damit wir neu anfangen können. Sehr gut. Wo ist das andere I hier? Da fällt mir ein, ich muss noch nachgucken, wo es die andere Info für den Nebel gibt. Okay, wenn du mir jetzt sagst, ich muss zum Dings zurücklaufen, zum Feld, kriege ich ein bisschen die Krise. Äh, ich fürchte aber fast, das ist so. Wenn wir das zweite I haben wollen, für die Quest. Das ist 100 pro eine Quest. Das ist 100 pro eine Quest. Dem Neuanfang. Das wir dann auch unterstützen und irgendwas für die Kolonie Mew machen. Was aber okay ist, wenn wir dadurch den vierten Stern bekommen. Weil unser Ziel ist ja nicht, die Kolonien alle auf fünf Sterne zu bringen, sondern so weit wie möglich zu bringen. Darf man ja nicht vergessen. Wir sind gut dabei. Mein Kolonie 4 ist fast auf den fünften Stern. Die Frage ist aber, was müssen wir dann tun, um den fünften zu bekommen? Das gibt es, ach da hinten sitzt das andere. Die ganze Sache mit Irma war echt ein Schock. Aber wir sollten uns davon nicht herunterziehen lassen. Ich wünschte, wir könnten Fiona eine größere Hilfe sein. Sie hat es von uns allen am schwersten. Du sagst es. Es ist an der Zeit, dass wir auch stärker und superlässiger werden. Kolonie Mew verändert sich zwei von zwei. Gut. Dann können wir jetzt zum Rastpunkt gehen und ein bisschen labern zur Kantine. Alle Klärchen, Wunderbärchen. So. Besprechen. Spitznamen. Hey. So. Können wir sprechen? Hey, Landan. Denn ich bin denn nie wieder so. Warum denn Landan? Klingt doch gut, Landan. Alles klar. Dann heißt du aber ab dem Wort auch nur noch Oin-Oin. Das klingt aber im Vergleich nicht so gut wie Landan. Ich wäre dann Nolo. Und ich Sen-Sen. Äh. Miu Miu. Ihr klingt wie ein Haufen Singfügel. Das geht alles nicht so gut für eine Zunge wie Landan. Und wie willst du heißen, Tayon? Ähm. Tay-Tay? Und, und? Tay-Tay? Yep. Das klingt am besten. Wie schön. Denn so heiße ich ja auch. Tay-Tay. Moos Agumon. Ich hab mir ja eine Zeit lang ganz schön Sorgen gemacht. Aber die Stimmung in Kolonien Miu hat sich echt verbessert. Findet ihr nicht auch? Definitiv. Es scheint, es hätten alle gemeinsam beschlossen, die Verantwortung etwas mehr untereinander aufzuteilen. Ich bin so froh, dass sich letzten Endes doch noch alles zu gut geendet hat. Moment. Ich halte eine Nachricht. Nanu, sie stand vor Kolonien Miu. Wo wir gerade sind. Hey, entschuldigt bitte die Störung. Wo seid ihr gerade? Ah, halt. Hier bleiben. Stopp. Zur Hilfe. Was geht da vor sich? Hey. Der Funk noch mal. Bindung wurde unterbrochen. Was es damit wohl auf sich hatte? Das war doch Tussoris Stimme. Irgendwas stimmt da nicht. Wir sollten nie einmal nachsehen. Yo. Tussoris Sorgen. Ich hab übrigens sagen lassen, wir die Fetch Quest einfach an diese Maschinen gehen von den liegen gebliebenen... Wie heißen die nochmal, die Dinge? Hättet ihr die größeren Läffnisse? Ah, ihr wisst, was ich meine. Ich hab den Namen gerade vergessen. Ähm, und da soll man wohl mit etwas Glück die ganzen Materialien zusammenfarmen können, weil das Ding alles herstellen kann, was es in der Region zu finden gibt. Ja. Vielleicht mach ich das für die eine blöde Fetch Quest von Valdi. Tussori. Oh, Hallöchen. Was versteckt euch hierher? Wo brennt's denn? Wo es brennt? Das sollten wir dich fragen, nicht umgekehrt. Na, der Nachricht klang ist so, als würdest du dringend Hilfe benötigen. Oh, ach, darf man... Na ja, Hilfe brauchen wir in der Tat. Aber ich glaube, ihr habt da eventuell etwas missverstanden. Es ist nämlich folgendermaßen... Was zum... Wo kommt dieses Fidesmessig her? Hallo. Streichel mich, fütter mich, hab mich lieb. Oh je, bitte entschuldige. Dieses Biest ist ein richtiger Schlingel, aber ich glaube, es soll einfach nur spielen. Hä? Ich hab Hunger, ich will gestreichelt werden. Ach, du hast es gefunden. War schon eine Erleichterung. Will uns vielleicht jemand erklären, was hier überhaupt vor sich geht? Wird auch gern so ein Adorn als Haustier. Tja, also es ist so. Wir versuchen uns momentan daran, Amars groß zu ziehen. Grimm, Milch ist so köstlich. In dieser Umgebung streifen sowieso massenweise Amars umher. Amars sind die Ohne-Hörner, Ardons sind die Mithörner, also die Wendlichen. So weit, so gut. Allerdings stellt sich heraus, dass sie nicht die kooperativsten Kreaturen sind. Sie versuchen ständig auszubüchsen. Dieses Bürschchen hat sich vor kurzem aus dem Staub gemacht. Daher auch mal eine panische Nachricht an euch. Ich verstehe. Tut mir leid, euch so erschreckt zu haben. Puh, ich bin nur froh, dass es um nichts Ernsthaftes ging. Letztes Ama ist wieder da. Dankeschön, Gu. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Sogar Gugu hilft euch. Ama stammt ständig auf Blumenbeet von Gugu zu. Wäre riesiger Ärger, wenn Ama Gugus Blümchen schnabuliert. Das ist halt eine Pflanze, die haben halt Hunger. Das sind halt Grasfresser, nicht wahr? Wir müssen uns einen Plan überlegen, damit wir sie nicht Tag ein, Tag aus wieder einfangen müssen. Freunde könnten Zaun bauen. Vielleicht sind Ama's ruhiger in sicherem Gehege. Hat Gugu zumindest mal so gehört. Oh, ein Gehege. Aber natürlich, weil die ja auch nicht stark genug sind, so einen Zaun umzureißen. Nein. Wir hätten ja mal selbst drauf kommen können. Meinst du, Nico würde uns die nötigen Baumaterialien zur Verfügung stellen? Ja, bestimmt. Bitten wir Tello und die anderen am besten auch um Hilfe. Ich werde nicht alles allein tragen können. Too sorry. Kannst du dich für eine Weile um die Amas kümmern? Es klingt, als wüsstest du, wovon du sprichst, Gugu. Darf ich fragen, wo du viel über Amas gelernt hast? Gugu hat ein Buch gelesen, aber die Teile sind Gugu entfallen. Also, gibt es so etwas wie ein Ama-Fachbuch? Wenn du bisher nicht davon gehört hast, Juni, dann existiert ein solches Werk wohl schon mal nicht als gewässische Lektüre. Tja, aber dir scheint das ja eben was nicht zu sagen, so gibt es wohl auch in Agnes kein derartiges Buch. Nicht, dass ich wüsste. Dies ist das erste Mal, dass ich überhaupt von dem Versuch höre, Amas in der Kolonie zu halten. Wenn es weder in Cavus noch in Agnes ein solches Buch gibt, bleibt nur noch die City. Okay, dann hören wir uns dort nochmal um. Ja, aber wir können nicht in die City, wir können ja nicht hinbeamen. What the fuck? Amas können fühlen, dein Ardron und du. Was? Dein, gut. Sammle das Gesuchte. Muss ich dann nach Schloss Agnus? Ich kann nicht zur City. Ich hab keine Ahnung, wo die City sein soll. Ich weiß, die ist irgendwo gelandet, aber ich hab doch keine Ahnung, wo. Ähm... Die... Kann ich die Quest nicht mehr machen, weil... Aber warte mal, hä? Schloss Cavus umland? Ähm... Cadenzia? Ist es hier irgendwo vielleicht? Dann? Oder muss ich jetzt eigentlich erstmal weitergehen in irgendein anderes Gebiet? Weil hier ist ja... Hier geht's ja irgendwo lang. Hier geht's ja weiter. Vielleicht komm ich wieder zum... Zum Ding hin. Ich komm doch irgendwo zum Moor, ne? Ey, ich komm auch nicht mehr zum Moor hin. Wo war denn das? Ja... Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich hier weiterkomme. Wo jetzt diese... Diese... Diese Mission mich hinführt. Hier, Tuzores Augen. Oh, Level 57. Das ist ein anderes Gebiet. Weil wir haben ja von der Story her schon Level 48. Das ist für viel später gedacht. Okay, gut. Dann halt nicht. Dann machen wir jetzt Nebenhandlung Tarion. Ja, 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 ja. So. Und dann müssen wir wahrscheinlich zurück nach Rollerie Lambda. Richtig? Ja. Gut, machen wir das noch. Und dann machen wir das noch wieder ein bisschen weiter. Aber ich glaube, wir haben noch ein Fragezeichen. Wir haben noch ein Fragezeichen am Schlossvorplatz. Genau. Darf ich nicht vergessen. Ich hab's gerade wieder gesehen. Was? Von Ultraplan 8 Creator Apps. Umische Benachrichtigungen. Ich nutze übrigens immer noch Streamlabs und nicht OBS. Ich weiß nicht, Streamlabs sind einfach so idiotensicher. Ich mag dich davon wegwechseln. Ich muss es irgendwann machen. Ich weiß, aber wir gerade nicht. Oder ich sollte es irgendwann machen. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ich weiß nicht, dass ich das Wort von Izzard bekommen habe. Ich habe es. Ich dachte, jetzt wäre es ein guter Moment, um ihn zu sehen. Ich bin sicher, dass du viel zu sprechen hast. Wir werden nach draußen warten. Vielen Dank. Ich versuche es schnell zu machen. 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 Es war Nimue. Es war eine kurze Kolonie. Keiner niemals kämpfte. Sie spielten ihre Tage, die Sofronias zu spielten. Es war ein Kastel dort, aber es war in einem großen Krieg. Und dort liegt es in Ruins. Es war da, dass ich ein paar Kradeln gesehen habe, von dem Zeitpunkt. Sie sahen, wie sie sich auf jeden Moment bräuchten. Aber trotzdem, einige machten Soldaten. Nimue, sie war nur einer von ihnen. Die Leute da, sie waren wie wir jetzt sind. Sie lebten frei von der Flamenkloch. Herr, Sie sagten, sie waren wie wir. Also, vielleicht, ihre Kolonien wurde von Ouroboros verabschiedet. Ich bin nicht sicher. Sie sahen, wie Nimue und die anderen immer lebten von der Land. Auch, sie haben sich verabschiedet, die anderen für Jahre zu verabschieden. Natürlich, die meisten Menschen da mir die Schmerzen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Ich habe mich über unsere Motivation. Aber ich glaube, ich sehe jetzt. Jetzt leben wir nicht unter der Flamenkloch. Wir sind mehr frei für unsere Emotionen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. Sie sahen. den Nimue, die du kennengelernt hast. Ich wusste nie, dass du so eine Verbindung hast. Das ist unglaublich. Aber warum mir das jetzt zeigen? Na, eigentlich... Was?! Die Liederschaft von Nimue hat die Kolonie verletzt? Ja. Wir haben nur nur gehört. Ein Nopan-Merchant war, dass wir uns aus. Und seitdem die Nopan sind in die größte Logistik und Transport, die Information sollte gut sein. Also, die Brass haben die Begräuert festgestellt? Können Sie. Du musst nicht so kagey, Commander. Kagey? Du kannst es mir direkt erzählen. Am ich falsch? Du möchtest, dass wir die Kolonie sicher halten? Aber... Das ist der Grund, warum du mir diese ganze Geschichte erzählst? Wenn du die Kolonie verletzt hast, das in der Nähe von Feuer hat. Ich habe gehört. Wie, nachdem nach dem Konsul zu verlassen und der Verlust der Flamme-Klock... ...despite zu senden ein Report an HQ, du hast nicht eine Worte von Antwort bekommen. Wir haben reportiert, dass es alles passiert, während wir da unbewusst ließen. Das ist die unverfüllte Wahrheit, aber noch nichts. Ich verstehe. Lass mich über die anderen gehen, Commander. Lass mich über die anderen gehen. Wie es so richtig in den Strich geht? Eigentlich nicht. Aber so wie Dinge jetzt liegen, werden nie alle zufrieden sein. Wenn der Kommandeur seine Denkweise etwas klarer machen könnte, wäre vielleicht mehr auf seiner Seite. Joa. Okay. Also wieder eine neue Kolonie, die wir entdecken? Interessant. Äh, ich muss schon langer, langer Platz. Hä? Ich muss einfach nur nach vorne gehen? Oh, ist das Schwachsinn. Ich lass mich doch in Lambda reden. Well, hier sind wir. Unnötig! Ich muss aber nur vor's Tor gehen. Was für ein Quatsch. Ich habe etwas Verlust in der Zeit gebraucht. Manche Entscheidung ist schon merkwürdig in dem Spiel. Ein Moment deiner Zeit? So sehr wie es auch Liebe. Oh, eine schöne Geschichte. Diese beiden haben sich viele Erinnerungen verholt. Wie du gesagt hast, Tyler. Sieht wie Ouroboros wurde in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Also, das macht es unser Geschäft. Wir sind in, Mann. Saffronia. Das ist das Ding, richtig? Wir haben eine gewachsen. Wenn es viele von ihnen blühen, ist es etwas, was ich will sehen. Huh? Ich schockiere. Was? Ich glaube, die Blumen und Junk. Manana, auch! Manana hat die Blumen zu sehen! Das ist ungewöhnlich proaktiv für dich, Manana. Warum so? Frau und Blumen sind wie Piers von St. Hod! Keine Ahnung, was Manana spricht. Aber jemand muss Manana aus der Probleme halten. Ist das okay, mit Freund Tion? Klar. Danke, alle. Hi, Easewood. Probable wieder ab. Oh. Kion. Sir? If... Nimue's been reborn, if she's in that colony, keep her safe by any means. This time, I want her to follow the path she was meant to tread. Yes, sir. I promise. Okay. Ups. Und tschüss. Why doesn't the commander just come along? He's got no choice, right? You might get the attention of the castle or something. Kann er ja gar nicht. Wir haben das Schloss noch längst erobert. Wieso Liv darin hätte ich denken können. Oh. Guess so. That's not all I think. Huh? I'm sure you must be scared. If he meets her again, he might end up behaving the same way towards her. Is that a bad thing? No, I don't think so. But I do understand how he feels. Yeah. I definitely hesitate. It's not just about himself. If I hadn't been so careless, the commander wouldn't have to feel this way. You're not still thinking like that, are you? No, no. I'm... I'm just... You're just what? Looking back all the time never helped nobody. Look, I... I know. Right? Come on then. Uni... Huh? Okay, sorry. I know you're right. So. Wir müssen... ...nach Cardensia. Alles klar. Cody. Cardensia. Ähm. Gut. Ich brauche erstmal unser Boot irgendwo hier. Wo können wir am schnellsten unser Boot ran? Natürlich in Colony Mew. Da ist eine Interaktion. Nein. Da bin ich hin. Zurück nach Mew und dann unser Boot nehmen. Und dann mit der Sailing Bunny da hinfahren, wo wir hin sollen. Äthersphären erneut nutzen. Ich weiß nicht, man Äthersphären nur erneut nutzt. Ich sammle sie nur nicht, weil das zu viel ist. Wahrscheinlich wenn ich anfangen würde, würde ich nicht mehr aufhören können und dann... Ja. Aber irgendwann alles vor... Ach du Scheiße. 3.000 Meter. Das ist weit. Kann man da überhaupt hinfahren oder muss ich da hinlaufen? Ja, da ist das Fragezeichen irgendwo. Ich weiß. Beim Schloss. Müsste denn das vom Schloss sein, ne? Ne, warte mal. Da ist ein Fragezeichen. Da ist ein Fragezeichen. Warum ist da ein Fragezeichen? Okay. Ahem. Ich sehe schon. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Auf dem Özean. Ist aber gar nicht so schlimm. Jetzt fahren wir erstmal da hinten hin. Wenn wir da hinfahren können. Das ist immer noch die spannende Frage. Das sieht nicht so aus, als könnten wir von hier aus dahin düsen. Wir müssen auf die andere Seite von diesem Gebirgszug hier. Ja, und da... Ah, da ist eine Höhle. Okay, das erklärt's. Außenweg! Ihr Opfer! Ah! Oh, die Kraft voraus, Captain! Hoch des Einsiedlers! So. Schiffchen, du wartest hier brav. Ist aber nicht sehr versteckt. Der... Vorne ist, so heiße die Dinger. Genau, jetzt haben wir es wieder. Haha. Ach ne, warte. Das ist kein... Das ist ein Lefnis. Ein Fironis. Das ist doch ein Fironis, okay. Es sieht so aus, dass er die Erde entfernt wird. Keine Überraschung mit diesem großen Ding in der Weg. Ich glaube, wir haben den Fehmenden gefunden. Ich glaube, wir haben den Kommandar. Manana nicht sehen, wie viele Leute. Die ganze Einwände eröffnet von Lefnis. Sehr lustig. Hör auf, schau. Ein Konsole. Sie haben uns nicht gefunden, haben sie? Nein. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Das könnte haben andere Werte als der K-Guy. Ich glaube, das ist eine Sache. Aber warum haben nur Lefnis? Ich kann es nicht verstehen, was diese Mobius kann machen. Aber sie sind bereit, um eine Kolonie mitgebracht. Sie haben ein Spaß gemacht, das zu den Soldaten. Das stimmt, das stimmt. Wir müssen uns aufhören. Alles, das Geheimnis dauert ein bisschen Zeit. Wenn wir die Einwände entfernen können, wir müssen sie dort verraten. Wir machen das. Und sicher, dass wir nicht aufhören. Ready? Aber erst in der nächsten Folge, Leute. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Ciao.